Ich muss noch mal vorweg schicken, ich bin ein glühender Verfechter von digital unterstützten Lernen, weil ich der Meinung bin, so selbstverständlich wie heute, die digitalen Medien uns in allen sonstigen Lebensbereichen begleiten, wo selbstverständlich muss es auch der Schulzeit sein. Aber wir müssen natürlich auch hart an der Realität diskutieren. Und das Erste ist, also jetzt zu glauben, dass künftig der Unterricht auch daheim stattfinden wird. Also so weit ist meine eigene Schulzeit noch nicht weg, dass ich weiß, die überordnende Motivation, wenn ich daheim saß, zu lernen, war ja nur mäßig kleiner, als wenn ich in der Schule unter Aufsicht des Lehrers war. Das lässt sich sicherlich durch neue Möglichkeiten und eingeloggt sein, alles auch anders darstellen. Wir diskutieren ja ehrlicherweise heute was anderes. Stichwort Ganztagsbetreuung, da ist der Bedarf da. Und jetzt zu glauben, dass alle daheim sind, Frage, wer betreut dann, ist eine ganz andere Baustelle. Also ich würde mich ja auf solche Dinge jetzt nicht versteifen. Das heißt, hart an der Realität sein. Das heißt auch, was Sie völlig zu Recht gesagt haben, die Technik alleine macht es natürlich nicht. Das war bei mir in der Grundschule, hier in München-Austen, sagt keine Namen. Das sagt die Schulleiterin, die ist jetzt auch nicht mehr da, ich sage nicht deswegen. Das sagt, also Herr Bluer, wir haben jetzt zwei Whiteboards, das ist in der Grundschule gewesen. Und eine Lehrerin kann es bedienen und die andere hat es jetzt ein Jahr lang in der Schulung gehabt, aber die kann es auch noch nicht und sonst kann es keiner. Das hilft, also soll heißen, da gibt es natürlich ein Gefälle. Das andere Gefälle ist, heute weiß im Grunde jeder Schüler mehr und besser, wenn Lehrer, wie ich mit den neuen Medien umgehe, was natürlich ein bisschen eine Schieflage ist, wenn wir eigentlich erwarten, dass der Lehrer die Medienkompetenz vermitteln soll. Also soll heißen, ohne die Lehrer und ohne Didaktik und den Content geht es nicht. Das drücke ich eigentlich dazu zurück, weil Sie vorhin gesagt haben, es sind relativ viele Baustellen, das ist richtig. Wir müssen jetzt mal die Baustellen ein bisschen ordnen und dazu brauche ich einen Masterplan und dann muss ich die Dinge entsprechend abschichten. Ich muss ein Verständnis haben, in welcher Jahrgangsstufe, in welcher Schulart ist welcher Einsatz sinnvoll. Also den Erstklässler jetzt auszurüsten mit einem entsprechenden Gerät mag nicht so sinnvoll sein wie im Gymnasium, im Mathematikunterricht, wo ich mich selber überzeugen konnte, dass du da einfach sehr spannende Dinge machen kannst, wo du sehr viel besser dir neues Wissen erschließen kannst. Das heißt, du brauchst ein passgenaues Konzept. Und notwendig wäre all diejenigen, die unterwegs sind, ob das hier das Otto-Brunner-Gymnasium ist oder das Michaela-Gymnasium oder ein Gang feiern, wo es diese Notebook-Klassen gibt, mal diese Erfahrungen zusammenzutragen und dann etwas zu haben, was du tatsächlich in der Fläche ausrollen kannst. Denn ich glaube schon, das Fahrerwort heißt Standards und eine gewisse Einheitlichkeit, weil du nicht willst, dass überall Insellösungen entstehen, sondern etwas ist, auch übrigens unter Kosttranspekten, wo du dann in die Fläche gehen kannst und nicht jeder denselben Fehler machen muss. Und das heißt dann übrigens auch selbstverständlich, dass nicht der Lehrer für die 1500 PCs verantwortlich sein kann, sondern jeder macht das, was er kann und der Lehrer kann unterrichten und ich kenne wenig Lehrer, die auch gut abministrieren können, also den Computer ebenfalls. Und deswegen musst du das natürlich mit entsprechenden Serviceverträgen und so alles, was es ja heute gibt, abbilden. Nur das muss in dem Gesamtkontext stehen, an dem arbeiten wir ja auch, Bildungsnetz Bayern. Und wenn es steht und evaluiert ist, dann muss man es aber auch ausrollen, dann muss man es selbstverständlich auch Geld in die Hand nehmen. Jetzt nicht, um alles zu finanzieren, das wäre zu einfach und zu teuer, sondern brauchst du halt ein intelligentes Modell, wo es einen Elternbeitrag gibt, Anreizprogramme, wo die Kommune mit dabei sind. Ich glaube, so kann man es relativ schnell dann auch in die Fläche bringen. Eher Top-Down, also es klingt jetzt mehr oder wie ein großes Programm, das von oben nach unten geplant wird, oder eher wird tausend Blumen blühen lassen und das verstärken, was sich eh ja schon Graswurzelmäßig, das ist ja das, was wir hier im Raum haben, überall schon entwickelt. Also die Idee, die Idee oder das Konzept, das muss Top-Down sein, weil ich unter all den Einbindung, all der Erfahrungen, der guten Erfahrungen, was funktioniert, aber das Wachsen muss dann von unten geschehen, das kannst du natürlich nicht beordnen, das hängt auf die eine Schule weiter, weil sie auch andere Lehrkörper hat, das kannst du dann mit einem Anreizprogramm machen und dann kannst du von unten auch schnell wachsen. Also die Idee von oben nach unten, aber ausrollen dann von unten. Niedersachsen hat offenbar sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Cluster-Modell, wo Schulen sich zusammengeclustert haben, auch regional vernetzt und die haben dann sozusagen so Inseln gebildet, die dann wieder ausstrahlen und dann dazu führen, dass die Schule meiner Tochter, die zum Beispiel eher eine späte Schule sein wird, denen dann irgendwann auch noch beitritt, die werden nicht die Ersten sein. Also das ist ja auch ein bisschen die Idee, so ein paar Vorreiter-Schulen zu haben, wie in Referenzschulen anders, die als Glaubhause sozusagen entnehmen können und dann können sich andere daran auch im Vorbild nicht machen. Das ist auch ein anderes Förderkonzept. Da muss man sich auch entscheiden, wie die Förderungskonzepte aussehen. So viel Geld wird es ja nicht sein, dass man da einfach Spielgeld hat.